Was mich am allermeisten freut, ist, dass wir nach den letzten zehn Tagen, die nicht so einfach waren für uns, die Mannschaft den Schalter gefunden haben, um heute extrem konkurrenzfähig zu sein, sprich für den Charakter der Mannschaft. Ich denke, wir sind gut im Spiel reingekommen, aber wir haben nach und nach auch die Kontrolle verloren. Wir haben Schwierigkeiten gehabt mit ihrem Aufbauspiel. Es war eine optische, aber auch statistische Überlegenheit von Gladbach. Also nicht nur Dinos hat heute leidenschaftlich gekämpft für den Punkt. Ich glaube, das sollte man schon bemerkt haben. Ich glaube, wir waren eine Einheit auf dem Platz, die schlagkräftig waren, waren konkurrenzfähig. Natürlich, Dinos hat einen super Job gemacht, aber unter anderem, es waren viele Spieler, die heute herausgestocken haben, finde ich, was Leidenschaft, Kämpfermentalität angeht. Und ich glaube, unterm Strich, auch wenn es deutliche Überlegenheit, was statistisch angeht, für Gladbach, denke ich, der Punkt geht in Ordnung aufgrund unserer Intensität und unserer Energie, die wir heute auf den Platz gebracht haben.